Ich hab Scopes, ja, brauchst du schon noch Scopes. Ich hab sogar noch viel Auswahl. Ich hab aber nur so kribbelige Dinger. Alter, ist das noch dunkler oder was? Ja, ich hab schon Visuality Hack. Oh oh! Also ich hab einen Nachtsicht. Der ist leer. Ich kann... ich kann Fuel reinfüllen. Ja, damit komm ich nicht weiter, muss stink... Warte mal. Ich markiere mir den mal. Warte, wir müssen uns merken, wo der ist. Wo sind wir? Hier. Parallel zu der Tankstelle, nach dem Survery Start könnten wir den abchecken vielleicht. Wie war das jetzt? Wir kommen hin ohne Stress, aber dann kommen die irgendwie. Sollen wir dann das Auto außerhalb parken? Ist da vorne Licht? Wir haben dann auf jeden Fall nur 180 Sekunden Zeit zum Looten. Ja, deswegen. Ich glaube, letztes Mal sind wir im Auto reingefahren und sind halt irgendwo eingeladen. Was? Da steht ein gepanzertes Fahrzeug. Nee, wir dürfen nicht reinfahren, wir müssen ja schon mal abschießen. Echt? Und dann rein. Ich weiß nicht mehr. Da sitzt keiner drin. Ist oben in dem Örchen Tower einer? Ja. Scheiße, das sieht so aus, gell? Mhm. Hä? Warum hat der uns nicht gesehen? Hat der musikieren? Können wir den von hier machen? Ist das nur einer? Weiß nicht. Warte mal. Nimm mal den Scope drauf. Nimm mal den Scope drauf. Ändern. Wurschtes DMS. Ja, da ist schon vielleicht einer oben. Sollen wir uns den holen? Für mich wäre es ein Thema. Oh ja. Ja. Warte mal, ich geh mal zu so einem Hügel hin. Wo du schießt. Wo du nicht plötzlich abgeschossen wird. Holy. Mich wird geschossen. Schiff oben, oder? Ich weiß. Ich hab's nicht gesehen. Alter, schlippt der nicht da oben? Alter, der schlippt nicht. Rechts, hinter dem gepanzert Fahrzeug ist einer. Ah ja. Ja. Ich muss mich kurz medizinieren. Hab einen. Oh. Kommen sie auf einmal aus allen Löchern raus, oder was? Der oben steht wieder. Vom Eingang steht auch einer. Der ist jetzt schon down, jetzt ist er down, oben drin. Nice. Vom Eingang. Jo, zwei. Zentral. Einer down, nochmal einer links vom Eingang. Also der, was du gesehen hast. Down. Okay. Da kommt einer raus. Nix. Da hat mich angeschossen. Down, down, down. Shit. Da waren die alle hinter dem ganzen Gebäude oder drinnen. Ja, wahrscheinlich. Da kommt noch mal einer. Wo? Ja, sehe ich. Down. Alter, du. Wieso stimmt die bei mir nicht? Muss gucken. Es sind nur 100 Meter, gell? 150 Meter. Wegen Nullen. Scope. Ja, mein Ding ist ja von der Null. Ich sehe ja, wie es ist. Durch den Rücksteigen ihn weg. Und ach, was passiert dann einfach nichts. Okay, sind die schon jetzt down alle, oder was? Das war ja zu einfach, oder? Ja, gut. Die kommen ja dann nochmal. Ja. Also ich gehe mal voraus jetzt. Ja, ich komme auch mit. Ich stecke mir gleich mal den Karren ab. Ja, Mann. Ultra Risky. Während dem Ding hinlaufen, erstmal mit einer Hand sind die so ein Maulstück Maultaschen in den Mund. Und darum, dass keiner schießt. Ja, Mann. Ist der offen? Unlock. Ja, dann kriegt man den Code danach. Mhm. Schüsse. Schüsse. Von wo? Am Eingang. Da oder hinten am Eingang. Ich gehe rechts rum. Ja. Down. Du. Nene, der. Ich luk mal den einen, der hier vorne liegt. Jetzt hat der was dabei, was nice ist. AK. Ja, ich guck mal bei dem, wegen, ich brauche einen Mediksscheiße. Da ist drin, einer. Warte. Alter, die haben alle einen Insert-Dock dabei. Ja, das ist wichtig, Alter. Warum, einer? Du musst erstmal einen reinzwiebeln. Visperin. Aufpassen, auf jeden Fall. Maki? Ne, ne, ich bin nicht drin. Geht's mir einfach recht. Gott sei Dank hat er nicht geschossen, Alter. Ich gehe nach den Hintereingang. Oh, eine LRA, brauchst du die, Maki? Eine LRA? War vielleicht nicht so schlecht. Drinnen scheint, sauber zu sein. Bist du drin? Ja, ich bin drin. Ne, mein Ghillie von einem. Was ist hier mal auf dem Turm? Von wo kommen die? Weiß nicht. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht gleich. Ich bin noch draußen. Hä? Oh! Was denn? Oh! Oh, 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 oh. Seht ihr gleich. Ich komme rein. Oh, Alter. Uwe. Finde ich. Finde ich. Hä? The fuck, Alter. The fuck, Alter. Was ist hier? Ja, in dem Job ist... Alter. Wer will sie? Na, keine Ahnung. Ja, gib Jörg, gib Jörg. Was denn? Hier. Boah, schon viel Platz da im Inventar. Ich hole mal... Ich hole mal... Ja, Mann. Aber ich bin ja eh weiter hinten immer. Also, ich gehe jetzt auf jeden Fall mal hier auf... Ja, warte, chillt ihr mal drin. Ich hole mal das Auto rein. Das wird dann... Das können wir nicht. Geht es nicht? Das war doch zu, das Auto. Ne, ne, ich meine das andere. Ah, ja. Mit dem wir hergekommen sind. Wegen... Weiß nicht, was mit den Supply Drops geht. Ja, das reinfahren. Ich parke das mal da draußen. Ah, deswegen steht das andere wahrscheinlich auch draus. Von hinten, oder? Ist da eine Barrikade? Ne, ja. Fahr gerade aus. Ja, fahr. Gleit dich. Ach, da, lol. Okay, ja. Ne, das sind Panzersperren davor. Ne, kommen wir durch. Wir sind davor. Ne, also an den Ecken sind Panzersperren. Ah. 50%. 5 Minuten noch. Okay. Das sehen aber alle. Das heißt, die könnten auch in der Nähe sein und uns dann abfischen. Das ist auch geil, fahr mal ein bisschen zu Mech. Ja, ich nehme schon mal ganz viele Rauchgranaten. Ihr tut mal Granaten umstellen? Das ist gefährlich. Ich weiß es nicht. Ich habe nur eine normale Granate zum Werfen gerade. Steuerung, G. Oh Gott. Ja, das ist gefährlich. Ja, das ist gefährlich. Ah, okay. White Smoke. Das ist ja gar keine Granaten. Kann schon den Leuten aufheben. Wofür eine Waffe, Uwe? Ja. 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 Du hast gerade neue Loot gespawnt. Vor meiner Fresse. Bei mir auch. Guck mal kurz. Bamm tot. Weil du dich bewegt hast. Ja, Mann. Scharf. Scharf. 40 Grad. 200 Meter. Pst. Tot. Ah, ja. Ich bin das falsch. Okay. Go, go, go. Also nicht go, 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 aber. Hat jemand den Code vom Auto gesehen, oder? Nee. Kam dann noch nicht, oder? Nein. Gleich ist das Auto jetzt automatisch offen. Guck mal zum Auto. Ah, voll cool. Hier ist Drop, aber ich bin ja voll. Nee, du musst schon move'n ins Auto rein. Kann ich denn ins Auto? Load in the vehicle. There's not enough space. Loll. Okay, ich hab den Ding ins. Ja, komm mal her. Dann laden um. Alter, ja, dann wird's jetzt echt pissig, Alter. Aber der FPS des Todes hier ist, oder was? Ah, lol. Rahim. Marzen. Camo hat's unten noch. Und noch Munition mit. Und halt Zeug zum Bauen. Ja, so zu mega krankgeschüttig ist gar nicht drin, irgendwie. Ich tu mal meine Waffe mal ins Auto rein. Ja. Okay, wir können da bestimmt den ganzen Drop nehmen, oder? Nee, das... Achso, hier, ne? Das Auto müsste ich mal probieren. Dann nimm mal die Sachen wieder raus aus dem Auto. Dann könnte es sein, dass der Walder hier mehr reinpasst. Geh, bist du weg von der Box? Moment. Ich hab noch die Munition rausgenommen. So, jetzt bin ich weg. Not enough space. Oh, je. Dann schweiß du meine Waffe vielleicht mal raus. Ich hab wohl rausgenommen, was... Ne, meine Waffe ist nämlich da noch drin und das Insta-Doc. Ja, dann nimm... Scheiß von dem Insta-Doc. Ne, hast du genommen, oder? Warte mal, ich pack meine Waffe mal auf den Boden. Ah... Boden schmeißen? Okay, das Auto ist leer. Versuch's jetzt mal. Enough space. Ja, dann komm mal, lass die Scheiß einfach so reinladen. Ja. Also alles ins Auto was geht. Und ihr wisst, dass wir nicht so arg viel lang Zeit haben, gell? Ja. Wir haben dann auf jeden Fall nur 180 Sekunden Zeit zum Looten. Ja. Spür dir mal, da können wir nicht mal parallel da ran, oder was? Warte mal, Loadbox in. Habe ich schon probiert, ich habe beides schon probiert. Jetzt kannst du hinlaufen und dann hier reinladen, aber... Okay. Was du meint, da war das jetzt? Wir haben sie dann gebraucht. Ja, das hätte uns aber auch fallen können, oder? Dass anderthalb Minuten rum sind, oder? Ne, wieso? Ich habe es gerade auch gesagt. Ach, das waren die Jets vorher. Jetzt wissen wir es. Nein. 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 Nichts riflemen. Nein. 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 Amen.